Och ne, wie siehst du denn aus? Moment mal. Heiliger Bim Bam. Hallöchen. Herr Doktor, darf ich bitte rein? Hast du vielleicht ein neues Outfit? Du siehst so weiß aus. Wie geht's euch, Leute? Och, der Arme ist umgefallen. Tut mir leid. Wie auch immer, ich geh dann rein. Hey, ich bin's, Jane. Was schaust du mich so an? Ah, ich hab's ganz vergessen. Ich hab dir ein paar Freunde mitgebracht. Das sind deine Lieblingshamster. Bobby und George. Oh, das war ein Hamster, Meno. Bob hat wohl was anderes erwartet. Aber die Hamster sind trotzdem richtig süß. Und...